Wir haben das Programm für das nächste Halbjahr geplant, wohl wissend, dass es unwahrscheinlich ist, dass wir es so durchführen können, wie wir es geplant haben. Wir haben versucht, Corona-Rechnung zu tragen, indem wir die Kurse quasi in kürzere Zeiträume unterteilt haben. Wenn es immer einen Kurs gab, der ein ganzes Halbjahr ging, ist der jetzt unterteilt in zwei Kurse oder in sogar drei Einheiten, sodass wir je nach Lockdown oder Situation da irgendwie reagieren können und gegebenenfalls einfach mit den Kursen später starten können. Tatsächlich sind die Rückmeldungen von Land, Stadt oder Gesundheitsamt immer sehr kurzfristig, sodass wir da immer relativ schnell und viel zu tun haben. Corona ist eine Zeit der virtuellen Kommunikation und der Telefoniererei. Es gibt viele Kontaktpunkte. Wir haben viel mehr Kontakt und Gespräche mit unseren Teilnehmern und Referentinnen und Referenten als vorher, aber leider nicht immer sehr erbaulich. Wir versuchen, der Situation Rechnung zu tragen, indem wir eben die Kursdauer ein bisschen angepasst haben. Wir versuchen Rechnung zu tragen, indem wir unsere Referenten und Referentinnen schulen online zu gehen. Und wir versuchen auch die Teilnehmenden abzuholen und mit Zoom vertraut zu machen und auch mit online zu nehmen und haben dazu verschiedene Formate uns überlegt. Also es gibt ab Januar einen richtigen Kurs Zoom Lernen für Teilnehmende, das ist ähnlich wie Smartphone-Kurse, die wir bisher angeboten haben. Aber wir bieten zusätzlich auch für den kleinen Check, ob alles klappt, Zoom-Sprechstunden an demnächst. Also ab Januar, immer wenn mehrere Referenten in der Woche online sind, wird es eine zentrale Zoom-Sprechstunde geben, wo man seine Technik ausprobieren kann, wo man ausprobieren kann, was alles geht oder wie man sich einrichten muss, damit es gut funktioniert. Und so hoffen wir, dass wir jetzt die Zeit mit Corona und kurz nach Corona dann gut überstehen und vielleicht dem einen oder anderen doch mit hilfreichen Angeboten zur Seite stehen können. Frau Klein, hören Sie uns jetzt? Ja, ja, alles klar. Herr Rittel, sind Sie mit dabei? Also telefonieren wir mit Herrn Hanschern, okay. Also ich hatte jetzt meine Fee, das heißt meine persönliche Sprechstunde hatte ich noch nicht, ich weiß immer noch nicht, warum ich nichts gehört habe. Manchmal sind es so profane Dinge wie das Betriebssystem auf dem Rechner oder so, warum das nicht. Okay, genau. Also wir arbeiten auch daran und möchten gerne, dass möglichst viele Menschen die Vorteile von Online-Angeboten kennenlernen und gleichzeitig sich da aber auch wohl und sicher fühlen und dass da eben schöne Sachen passieren können. Wir haben festgestellt, als wir unsere Referenten und Referentinnen geschult haben, dass es ganz viele Themen gibt, die man auch online gut gestalten kann. Also zum Beispiel ein Kunstseminar kann online gut funktionieren, weil man das Bild ganz nah ran holen kann auf dem Bildschirm und man da also viel intensiver in Kontakt treten kann. Man kann Sportangebote online gestalten, man kann aber auch technische Themen online machen. Man kann ja Soft Skills wie Stress oder Achtsamkeit online gestalten. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten und die Schulungen für unsere Referentinnen und Referenten, die sind zweigeteilt. Nämlich zum einen der technische Teil, was bietet mir, also wir arbeiten jetzt immer über Zoom, was bietet mir Zoom und was kann ich damit alles machen? Und auf der anderen Seite, wie baue ich didaktisch eine Schulung auf, damit die Leute auch nicht wieder rausgehen, damit sie nicht langweilig sind oder damit sie sich auch mitgenommen und angesprochen fühlen. Welche Parameter gibt es da, um eine Sitzung spannend und interaktiv zu gestalten? Tatsächlich machen wir immer beides. Nach der kurzen Einführung in unsere Corona-Adaption würde ich schon direkt weitergeben an meine Kollegen, die Ihnen jetzt so ein paar Inhalte vorstellen. Wir haben das neue Programm. Ich habe Ihnen, also den Link stellen wir gleich noch in den Chat. Es ist auf unserer Homepage schon einzusehen. Wenn Sie auf die Homepage klicken, müssen Sie manchmal noch dieses Aktualisieren-Zeichen machen, weil sonst das alte Heft noch erscheint im ersten Moment. Ja, das ist dann im Cash immer noch drin. Aber unser neues Heft mit dem Regenbogen ganz typisch. Ja, ein schönes verbindendes Bild zur Situation und vielleicht ein bisschen Hoffnung. Genau, also ich würde jetzt für die Inhalte erst mal weitergeben an den Herrn Anton. Der ist zuständig für Glaube, Sinn, Werte und das ist der erste Bereich in unserem Programm und deshalb fängt er an. Herr Anton, bitte. Ich habe noch gerade den Link zum Programm in den Chat. Dann können Sie da schon mal gucken. Dürfte ich vielleicht kurz, Herr Anton, bevor Sie anfangen, noch ein, zwei Nachfragen stellen zu der Vorgehensweise. Ist das okay an die Frau Höring? Ja, bitte. Ich wollte nur einmal fragen, Sie haben gerade gesagt, dass Sie die Einheiten ja kleiner machen. Statt einer langen Einheit lieber zwei, drei kleinere. Was ist denn aber, wenn alle drei Einheiten zum Beispiel voll ausgebucht sind und dann die erste Einheit zum Beispiel einem dritten Lockdown im Februar zum Opfer fällt? Die Einheit fällt dann quasi ersatzlos weg. Sehe ich das richtig? Genau, also die erste Einheit geht jetzt meinetwegen dann nur Februar und wenn jetzt der Lockdown fortgeführt wird bis Februar, dann würde die einfach wegfallen und man steigt dann im Februar ein. Genau, aber damit ist man so ein bisschen flexibler, als wenn man jedes Mal ganz neu wieder anfängt und sagt, wir sagen alles ab, wir planen neu, wir fangen wieder an. Und so ist es für die Referenten und Referentinnen hoffentlich ein bisschen planbarer und für uns auch und für die Teilnehmenden am Ende auch. Und zu den Kursen? Wir sind hier gegangen und haben für die Raumgrößen oft, wenn es jetzt einen Nähkurs gab, dann sind das zukünftig zwei Nähkurse, damit weniger Leute pro Zeit drin sind. Wenn die Referenten Zeit hatten, haben wir einfach die Anzahl der Kurse auch aufgestockt. Wenn die Referentinnen keine Zeit hatten, dann haben wir es manchmal so gemacht, dass alle 14 Tage Kurs stattfindet. Einfach, damit die Sicherheit gewährleistet ist, damit alle, die nähen und kochen und bewegen wollen, das auch können und damit wir irgendwie so alle Bedürfnisse unter einen Hut bekommen. Entscheidet denn jeder Referent oder jede Referentin selbst, ob er oder sie einen Online-Kurs anbietet oder ob man das in Präsenz macht, wenn Präsenz erlaubt ist? Also wir würden Präsenz im Prinzip bevorzugen, weil wir sehen, dass auch die Beziehung und Begegnung ein wichtiger Teil des Lernsettings ist und dass es gut ist, dafür sind wir ausgerichtet und unsere Kurse auch, da ist Präsenz zu gehen. Aber wenn das nicht möglich ist, bieten wir jetzt allen Referenten an, online zu gehen. Sollte Präsenz möglich sein und ein Referent aber noch vorsichtig sein, kann er natürlich auch online gehen. Also wir haben jetzt diese datensicheren Zoom-Räume gebucht und die können wir jederzeit nutzen. Alles klar, danke. Bitte. Herr Anton. Dann würde ich jetzt mit unserem ersten Programmbereich beginnen. Glauben sind Werte, wie sonst auch. Wir haben jetzt im ersten Halbjahr wieder oder im Grunde über das ganze Jahr hinweg wieder einen Glaubenskurs oder unseren bewährten Glaubenskurs legen wir neu auf mit insgesamt acht Einheiten über das gesamte Jahr verteilt. Und die erste Einheit wäre am 11. März mit dem Pastoralreferenten Herrn Ostermann. Und das wird dann über das ganze Jahr hinweg, wie gesagt, in acht Einheiten fortgesetzt. Und einmal das Glaubensbekenntnis im Grunde oder den christlichen Glauben mit verschiedenen Referenten aus den Seelsorgeteams aus Leverkusen abgearbeitet. Also wir haben fast alle Seelsorgebereiche mit an Bord und jeder Seelsorgebereich hat einen oder mehrere Referenten geschickt oder freigestellt. Und an acht Abenden ist dann Zeit zum Austausch und zum Gespräch über Glaubensthemen. Das wäre so das erste Highlight im Glaubensbereich. Jetzt gestern sind die Plakate auch an die Kirchen rausgegangen. Normalerweise würden wir die natürlich auch in anderen Stellen aushängen. Das ist aktuell so die einzige Möglichkeit für uns, aktuell noch öffentlichkeitswirksam zu werben für die Kurse außerhalb dieser Pressekonferenz natürlich. Und da ist ja noch ein bisschen Publikumsverkehr. Dann neben unseren spirituellen Angeboten wie Filmexerzitien, die wir jetzt nachholen, die sind im letzten Halbgeleiter ausgefallen, die werden wir jetzt nachholen im Frühjahr. Oder Veranstaltungen zu einer besonderen Methode der Bibelarbeit, dem Bibliolog, haben wir auch Kurse zu christlichen Meditation wieder im Programm. Ein besonderer Meditationskurs steht im Frühjahr in der Fastenzeit an, wo wir dann einladen, sich auf die Osterzeit gemeinsam vorzubereiten, in einer besonderen Weise, in dieser Weise der Meditation. Vom 28.2. bis zum 1. April, also in der gesamten Fastenzeit, haben wir die Hungertuch-Ausstellung von Miserio nach Leverkusen geholt. Also nach Leverkusen, das heißt in die Kirche St. Matthias und dort wird in der gesamten Fastenzeit diese Ausstellung zu Gast sein. Das sind alle Hungertücher der vergangenen Zeit, also seitdem es die Hungertücher gibt. Alle Hungertücher wurden zusammengetragen und können jetzt in einer Ausstellung sich angeguckt werden. Und es wird auch ein neues, großes Hungertuch geben, das wird dann auch in St. Matthias zu sehen sein. Und zur Eröffnung am 28.2. konnten wir Prof. Dr. Dr. Alexander Lohner, den theologischen Grundsatzreferenten von Miserio gewinnen, der einerseits in die Ausstellung einführen wird, aber andererseits auch nochmal einen Blick auf die Arbeit des bischöflichen Berkes Miserio werfen wird und die ganze Ausstellung auch nochmal einordnet. Sie gehen davon aus, dass jeder weiß, was ein Hungertuch ist. Das Hungertuch ist ein Tuch in verschiedenen Größen. Das ist meistens ziemlich groß, über mehrere Meter, was dann in den Kirchen ausgehängt wird. Und das ist begleitend zu einer Fastenaktion von Miserio und macht in der Regel auf ein bestimmtes Land oder eine bestimmte gesellschaftliche Problematik nochmal aufmerksam. Also es ist wirklich ein gestaltetes Kunstobjekt, was man an die man... Was dann Aufhänger für verschiedene Veranstaltungen braucht. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger sein, aber wir wollten es dennoch aufgreifen und haben deswegen die Ausstellung geholt und wollen auch nochmal auf diese Aktion aufmerksam machen. Im Rahmenheft ist das aktuelle Hungertuch auch abgebildet. Ja, ich kann nochmal die Seite raussuchen. Sie haben es ja vielleicht vor sich ansonsten über den Link auch aufrufbar. Auf Seite 19 ist das aktueller. Das ist, soweit ich weiß, ein Fuß oder beziehungsweise ein Röntgenbild eines Fußes und nochmal auf künstlerische Weise umgesetzt. Näheres finden Sie auf der Homepage von Miserio. Das wird jetzt zu weit, denke ich. Ein weiteres Veranstaltungsformat, was wir jetzt neu auflegen oder im April dann angehen, nennt sich Lebende Bibliothek. Im Bildungsforum werden verschiedene Persönlichkeiten eingeladen, die aus ihrem Leben berichten, sozusagen als die Person als Buch. Und wir haben eingeladen unter anderem einen Geschäftsführer, einen ehemaligen Bankräuber, eine Kinderbuchautorin oder einen Lehrer für Backlämmer, also dieses Seiteninstrument aus der türkischen Kultur. Und sie schlagen alle die Seiten ihres Lebensbuches auf und berichten einfach mal. Also wie eine Lesung, eben nur, dass nicht das Buch als Werk im Mittelpunkt steht, sondern die Person. Ich als ehemalige Bankerfrau bin natürlich besonders interessiert an dem Bankräuber. Genau. Wenn jetzt zu dem Bereich, wir haben noch weitere schöne Angebote im Bereich Glauben sind wert, aber das waren jetzt so einige Highlights daraus. Wenn da jetzt keine Nachfragen zu sind, würde ich zum nächsten Bereich übergehen, Ehe und Partnerschaft. Aber ich gucke in die Runde. Dann kann ich fortfahren. Genau. Also Ehe und Partnerschaft bietet in der Regel im ersten Halbjahr immer mehr, weil dort die Ehevorbereitungskurse klassischerweise angesiedelt sind, weil die Paare sich dann im ersten Halbjahr quasi vorbereiten und dann im Sommer dann die Trauung ansteht. Durch Corona sind im letzten oder in diesem Jahr natürlich der überwiegende Teil der Hochzeiten und Trauungen ausgefallen. Und dementsprechend oder auch die Vorbereitungskurse konnten nicht stattfinden. Und wir wollen jetzt den Paaren ermöglichen, dass sie, viele wollen das ja auch nachholen, nächstes Jahr oder hoffen, es nachholen zu können. Und wir wollen sie dabei so ein bisschen unterstützen und haben noch einmal mehr Vorbereitungskurse mit ins Programm genommen. Unsere klassischen Vorbereitungskurse, die analogerweise fortgeführt werden, sind natürlich im Programm, es sind drei an der Zahl, die in großen Phasen stattfinden, sodass auch dort, sofern wir keinen harten Lockdown dann haben, die Durchführung gewährleistet ist. Also man kann den Abstand einhalten mit bewährten Ehevorbereitungskursreferenten, zum Beispiel dem Ehepaar Schellenberg. Aber zum ersten Mal wollen wir auch den Versuch wagen, einen digitalen Ehevorbereitungskurs durchzuführen. Kollegen aus einem anderen Standort des Bildungswerks haben in diesem Jahr schon sehr gute Erfahrungen damit gemacht und wir wollen darauf gerne aufbauen, sodass wir, ich teile auch mal kurz den Bildschirm, dann kann man sich das vielleicht besser, genau, der Diakon Thomas Wenz, Sie sehen das jetzt alles, der ist im geteilten Bildschirm, der Diakon Thomas Wenz hat zusammen mit uns ein Format entwickelt zum digitalen Ehevorbereitungskurs und der erste Termin ist der 19. Februar. Insgesamt fünf Freitage treffen sich die Paare und bereiten sich digital vor. Sie bekommen im Vorfeld Materialien zugeschickt, mit denen sie dann in den Sitzungen gemeinsam arbeiten. Die Einheiten bauen aufeinander auf und es ähnert dem klassischen analogen Ehevorbereitungskurs, aber eben auf eine digitale Art und Weise, um vielleicht auch nochmal andere Zielgruppen anzusprechen, die, oder Paare anzusprechen, die vielleicht noch der Freitagabend ein besserer Termin, dass die sich nicht auf den Weg machen wollen in den Pfaser, sondern auch von zu Hause, um das in den Alltag besser einzubauen. Also wir haben beides im Programm. Dann haben wir auch wieder zum Valentinstag einen Parkkochkurs geplant. Das ist ja klassischerweise jedes Jahr im Nachgang vom Valentinstag ein Parkkochkurs. Wir werden sehen, ob es die Lage dann zulässt, aber wir haben es erstmal geplant. Und wie ich finde, ein ganz schönes Angebot jetzt im April nächsten Jahres zum ersten Mal ein Online-Kommunikationstraining für Paare. Innerhalb von zwei Wochen, also es beginnt mit einer Freitagabendeinheit, dann direkt der Samstag danach und die Woche danach auch wieder einen Freitag und einen Samstag, machen die Paare sich auf den Weg, um gemeinsam an ihrer Paarkommunikation zu arbeiten. Wir haben dafür zwei kompetente Referentinnen gewonnen aus der Ehefamilien- und Lebensberatung aus zwei Stellen. Einmal die Frau Margit Rönsch-Besteres, die ist die Leitung einer Ehefamilien- und Lebensberatungsstelle. Und die Frau Rockstroh ist aktuell in Elternzeit, aber leitet auch eine Stelle. Und die beiden im Tandeln treten auf und begleiten diese Paare. Es ist begrenzt auf vier Paare, weil es besonders auf diese Gruppendynamik ankommt. Wie gehen die Paare einerseits mit sich selber um, aber was kann man vielleicht auch von anderen Paaren lernen? Und wie können vielleicht Meinungsverschiedenheiten konstruktiv geklärt werden? Und vor allem, wie kann die Liebe wachsen? Das ist so die Überschrift zu diesen Kursen. Das wären so die Highlights aus dem Bereich Leben und Partnerschaft. Genau, ich würde Ihnen dann noch ein bisschen was zu Leben mit Kindern vorstellen. Also wir finden, dass die Eltern in den letzten Monaten sehr viel geleistet haben. Sie haben ihre Kinderbetreuung, Homeschooling, ihren Homeoffice und alles gleichzeitig bewältigt. Haushalt auch noch nebenbei. Und deshalb möchten wir Ihnen ein paar schöne Dinge mit an die Hand geben. Also zum einen haben wir eine Referentin gefunden, die Tipps und Tricks gibt für die verbleibende Corona-Zeit. Wie man sich gut einrichtet, wenn man zu Hause arbeitet. Wie man Homeoffice, Kinderbetreuung und alles unter einen Hut bekommen kann. Genau, es ist eine Online-Veranstaltung, sodass man die auch bequem und ohne Babysitter bewältigen kann. Und es sind schon wertvolle Tipps. Und es sind oft Kleinigkeiten, die man natürlich vielleicht weiß, aber auf die man kommen muss, wie man den Raum einrichtet, dass das gut funktionieren kann, altersgerecht und so weiter für die Kinder. Damit man auch allen Ansprüchen genügen kann. Zeitabsprachen, alles so Themen, die man dann gut mitkriegt und die man auch sofort umsetzen kann und die sofort eine Wirkung haben. Zum anderen haben wir gedacht, dass die Eltern, die jetzt die ganze Zeit in diesen Mehrfachbelastungen unterwegs sind, auch etwas brauchen, um aufzutanken, Luft zu holen. Und da haben wir eine Veranstaltung, die Sie jetzt auf der linken Seite so halb sehen, von der Seite geplant mit der Frau Schmidt. Und zwar haben wir die einmal geplant für alle Eltern und einmal besonders für Alleinerziehende. Weil Alleinerziehende immer noch eine Spur belasteter sind, weil sie ja ständig alleine für alles verantwortlich sind und selten abgeben können. So dass die vielleicht auch andere Themen noch haben und andere Schwerpunkte im Gespräch, so dass wir die beiden Gruppen diesmal geteilt haben. Wir möchten auch jungen Eltern, die jetzt in dieser Zeit Eltern geworden sind, noch etwas mit an die Hand geben, weil ja viele Eltern-Kind-Kurse auch nicht stattfinden können oder immer wieder aussetzen oder wie auch immer das gerade geht. So dass wir eine Online-Veranstaltung geplant haben. Willkommen kleiner Mensch, die ersten Monate nach der Pädagogik von Emmi Pickler. Das ist eben auch sehr hilfreich und sehr entlastend für die Eltern. Und deshalb wichtig, dass man sich da vielleicht mit auseinandersetzt oder dass man es zumindest mal gehört hat. Und wenn es nicht im Präsent geht, dann machen wir es halt online. Und deshalb bieten wir da drei Elternabende zu den drei Schwerpunktthemen an, die Pickler bietet. Mit einer bekannten Referentin, mit der Frau Burg, die hier bei uns auch schon viel in Eltern-Kind-Kursen unterwegs ist. Also alle drei Themen und Angebote sind sehr zu empfehlen für die Eltern, die jetzt besonders in dieser Corona-Krise zu leisten haben. Außerdem möchten wir mit dem neuen Jahr auch verstärkt in Eltern-Kind-Kurse wieder einsteigen. Und haben Montags-, Donnerstags- und Freitags-Kurse geplant, sobald das wieder in Präsenz möglich ist. Natürlich sehr gerne in Präsenz, um den Eltern auch wieder Kontaktmöglichkeiten, Austausch und so ein bisschen Input mitgeben zu können. Wir haben noch ganz, ganz viel andere Sachen im Bereich Leben mit Kindern geplant. Gucken Sie mal ins Programm. Es gibt viele, viele schöne Sachen. Ich wollte jetzt bewusst den Akzent nur auf diese Punkte setzen, damit die eben sich besonders absetzen. Aber Sie finden zu vielen anderen Sachen eben auch noch Themen im Heft. Genau. Ich würde, wenn, haben Sie Fragen dazu? Nein. Alles selbst erklärt. Kommen Sie ruhig vorbei und gucken Sie sich das an. Dann würde ich weitergeben an die Frau Böhm zum Bereich Gesellschaft. Da gibt es auch viele schöne Sachen. Genau. Dann mache ich weiter und ich nehme Sie mit in eine Veranstaltung, die wir jetzt zum dritten Mal leider auflegen müssen. Und zwar ist das aus unserer Reihe Frauen gestalten ihre Stadt. Die Reihe, die das Bildungsforum zusammen mit dem Frauenbüro der Stadt Leverkusen und auch dem Frauenring hier in der Stadt gestaltet. Und wir hatten eine Jubiläumsveranstaltung letztes Jahr schon geplant zu unserem Fünfjährigen mit der TV-Moderatorin Claudia Kleinert. Das Thema ist unschlagbar erfolgreich. Da haben wir uns sozusagen eine richtig gute Referentin mal gegönnt. Bis jetzt hat es nicht geklappt, aber wir hoffen natürlich, dass es im nächsten Jahr klappt. Am 4.6. soll der Spiegelsaal im Schloss Mausbruch sich füllen, hoffentlich mit wenigstens einigen Menschen, die dann kommen dürfen. Und ja, wir denken, dass Claudia Kleinert in ihrer bewährten Art, auch witzigen Art, dann uns zum Thema Kommunikation, erfolgreiche Kommunikation, und wie kann ich das charmant und witzig alles erledigen, dann mitnehmen wird. Und das ein hoffentlich schöner Jubiläumsabend wird. Dann haben wir zusätzlich noch eine weitere Veranstaltung geplant in dieser Reihe Frauen gestalten ihre Stadt. Und zwar am 2.3. Das ist der Internationale Frauentag und wir haben uns vorgenommen das Thema Sorgearbeit und zwar genau genommen die Ungleichverteilung von Sorgearbeit in unserer Gesellschaft. Und wir haben dazu eingeladen, den Mitbegründer des Netzwerkes Equal Care Day, das ist Herr Sascha Werner, der eben mit einigen anderen diese Initiative gegründet hat, der davon ausgeht, dass es eine Ungleichverteilung von Sorgearbeit in den Familien in unserer Gesellschaft gibt und dass die Frauen und Mädchen da belasteter sind als die Jungen und die Männer. Und dass daraus eben auch vieles an Ungleichheit weiter besteht in den unterschiedlichen Lebensentwürfen. Und das einfach mal zur Kenntnis zu nehmen, aufzuarbeiten und Möglichkeiten der Veränderung da in den Blick zu nehmen. Dazu haben wir Herrn Herr Werner eingeladen und hoffen, dass wir eine lebhafte Diskussion dazu bekommen. Das wäre aus der Reihe Frauen gestalten ihre Stadt. Jetzt gebe ich weiter an den Maximilian. Ja, es gibt jedes Jahr eine sogenannte Woche für das Leben. Das ist eine Aktionswoche, da beteiligt sich die katholische und evangelische Kirche und es werden immer bestimmte Thematiken in den Blick genommen. Dieses Jahr war das Thema Leben im Sternen. Es waren viele Veranstaltungen über das gesamte Bundesgebiet geplant, so auch in Leverkusen. Wir waren auch mit an Bord. Leider konnte es wegen Corona natürlich auch nicht stattfinden. Und wir haben deswegen, also zentral wurde die Woche für das Leben dann auf kommendes Jahr verschoben mit dem gleichen Thema. Vom 17. bis 24. April wird sie wieder stattfinden. Und in Leverkusen haben sich in Oplan alle christlichen Partner zusammengefunden, also die evangelische Gemeinde, die freie evangelische Gemeinde und die katholische Gemeinde Sankt Medius. Wir, das katholische Bildungsforum sind auch mit dabei und der Verein Hospiz Leverkusen e.V. Also diese fünf Partner haben sich zusammengetan und ein umfangreiches Begleitprogramm für die kommende Woche für das Leben zusammengestellt. Ich teile noch mal den Bildschirm, dann ist es vielleicht einfacher, sich einen Überblick zu verschaffen. Also Leben im Sterben ist das Thema nächstes Jahr. Und beginnen werden wir mit einem Vortrag vom Dr. Heinrich Haag vom ambulanten Hospizverein hier, vom Verein Hospiz Leverkusen e.V., der sich dem Thema am Lebensende zu Hause widmen wird. Und es werden weitere, über die ganze Woche verteilt, weitere Veranstaltungen anstehen. So zum Beispiel die Pastoralberentin Frau Reible am Dienstag zum Thema Die Würde des Menschen im Angesicht des Lebensendes. Dann gibt es ein schönes ökumenisches Gespräch zum Jahresthema geplant in der Kirche Sankt Medius. Also es wird sehr viel Platz geben zum Thema Das ist doch kein Leben mehr? Es geht dann um die Debatte rund um Sterbehilfe und die ganzen Begrifflichkeiten und die ethische Dimension dahinter. Aber wir haben uns auch dem Thema zugewandt, auf dem Sterbebett beten zu Gott und einen theologischen Referenten gewinnen können, den Herrn Fritsche. Und im Abschluss bildet dann ein ökumenischer Online-Gottesdienst, wo sich alle christlichen Partner dann zusammengetan haben zu einem Gottesdienst, der dann übertragen wird auf www.remi-tv.de, also die Streaming-Seite der katholischen Pfarrei in Opladen. Wir haben die Begleitveranstaltungen so konzipiert, dass sie entweder analog, das heißt in den verschiedenen großen Pfasen oder eben auch in der Kirche stattfinden können. Alternativ sollten wir wieder einen Lockdown oder eingrenzende Maßnahmen vorfinden, werden wir alle Veranstaltungen digital, das heißt so wie heute, über Zoom stattfinden lassen. Also, sodass die Woche für das Leben in jedem Fall nächstes Jahr stattfinden wird, egal was Corona dazu sagt. Eine weitere größere Veranstaltung steht an im Juni. Das ist die Ausstellung Mensch, Demenz, Kirche. Sie wird in Kooperation mit der ATS-Begegnungsstätte durchgeführt. Das ist eine Ausstellung, die das Thema Demenz in den Blick nimmt. Also gesellschaftlich und politisch ist ja das Thema bereits seit längerem präsent. Anders sieht es oftmals im kürtlichen Bereich aus oder in vielen Gemeinden. Und die Ausstellung möchte mit Aufnahmen des Fotografen Michael Ullmann und passenden Impulstexten dieses Thema aufgreifen und besonders den Blick auf die Menschen richten, die trotz oder gerade wegen ihrer Demenzerkrankung als getauft und gefünftet trotzdem lebendiger Teil der Kirche sind oder sein sollten und oftmals noch nicht sind. Darauf möchte ich die Ausstellung aufmerksam machen, die vom 4. Juni bis zum 28. Juni 2021 in den Räumlichkeiten der Begegnungsstätte zu sehen sein wird, also im Bürgerbusch. Und wir haben eine Vielzahl von Veranstaltungen dazu geplant. Einerseits natürlich die Ausstellungseröffnung mit Frau Döpper, das ist die Projektleiterin der Ausstellung. Dann gibt es in Kooperation mit den Familienzentren, also den Kitas vor Ort, ich hoffe, das klappt, ein Theaterstück für alle Generationen zum Thema Demenz, also auf sehr schöne Weise das Thema Demenz aufgegriffen, die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor. Dann wird es eine Autorenlesung geben zum Thema Demenz, ein Filmabend oder ein Filmgespräch zu einem Film, der das Thema Demenz auch aufgreift. Und für pflegende Angehörige oder für Angehörige, die sich einem Demenzerkrankten zuwenden, wird es noch eine Veranstaltung geben, wertschätzende und kontaktfördernde Kommunikation im Alltag mit Menschen mit Demenz. Dann würden wir jetzt weitermachen mit dem Bereich Qualifikation. An dieser Stelle würde ich mich ganz kurz verabschieden, weil ich jetzt noch weg muss, aber erstmal herzlichen Dank, Pressemitteilung habe ich erhalten und dann sage ich mal bis demnächst. Machen Sie es gut. Danke, Herr Beiber. Frohe Weihnachten. Danke, gleichfalls. Genau, frohe Festhalten. Tschüss. Tschüss. So, dann machen wir weiter mit Qualifikation. Da würde ich starten und zwar bieten wir wieder einen Kurs für Babysitter an mit Zertifikat. Der soll Ende Januar starten. Ich hoffe, dass das klappt. Es ist eine gute Möglichkeit für Jugendliche ab 14 Jahren, sich mit dem Babysitten auseinanderzusetzen. Sie lernen eben auch sowas zur Sicherheit und Erste Hilfe und können sich so ein bisschen ihr Taschengeld aufbessern. Oder es ist oft jetzt eine Voraussetzung, wenn man Au-pair werden möchte. Insofern würde es uns freuen, wenn viele Jugendliche die Chance nutzen und den Kurs besuchen. Außerdem haben wir im Bereich Qualifikationen einen Werkzeugkoffer Ehrenamt zusammengestellt, um alle möglichen Kompetenzen, die es meistens im katholischen Ehrenamt bräuchte, abzubilden. Also es gibt ja Ehrenamtliche, die schon seit Jahren unterwegs sind und sich in vielen Bereichen sehr gut auskennen. Es gibt neue interessierte Ehrenamtliche und jeder braucht etwas anderes. Je nachdem auch welches Projekt, welche Tätigkeit, welche Initiative er unterstützt, braucht es manchmal die Öffentlichkeitsarbeit, manchmal Kommunikation, manchmal Projektentwicklung, was auch immer. Wir haben jetzt acht Veranstaltungen zusammengefasst und bieten so Geübten wie auch neuen Ehrenamtlichen immer das passende Thema, was vielleicht hilfreich ist. Wir hoffen es so. Die Veranstaltungen zum Thema Werkzeugkoffer Ehrenamt sind in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Leverkusen, mit der Stelle für Ehrenamt im Bereich Flucht und Migration und mit dem St. Stephanus in Wiesdorf-Bürich-Küpperstich, mit der Frau Dr. Lennert zusammen, die ja da Ehrenamtskoordinatorin ist, geplant und werden da durchgeführt. Genau. Dann würde ich weitergeben an die Kollegin Frau Böhm zum Thema Schultag. Genau. Danke, Sabine. Dann mache ich weiter mit dem Schultag. Wer das Programmheft vor Augen hat, auf Seite 72, da machen wir im Grunde unser bewährtes Programm so weiter wie bislang und hoffen auch da auf so viel wie möglich Präsenzunterricht in den Kursen. Aber hier auch sind unsere Referenten im Schultag, das heißt also in der Qualifikation für Betreuungskräfte im offenen Ganztag, die sind auch schon so gut geschult, dass auch sie ad hoc auf Zoom-Sitzungen umstellen können. Die haben teilweise in dem ersten Lockdown Videofilme gedreht von ihren Bausteinen, die sie als Input dann über YouTube den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt haben. Also die sind da auch ganz kreativ unterwegs. Aber was geht, wird bei uns im Haus stattfinden und ansonsten eben an den abendlichen Bildschirmen der Teilnehmenden. Und wir haben auch im nächsten Halbjahr wieder einen Schultag-Grundkurs geplant und im Bereich Schultag Plus einige Seminare zu unterschiedlichen Themen, die reichen von dem Thema Hochsensibilität bei Kindern in der Grundschule, sogenannte Feinfühler-Kids, wie gehe ich mit denen um, wie kann ich ihnen einen guten Standpunkt auch in der Gruppe schaffen. Und es geht dann auch teilweise um kreative Angebote, Abenteuerspiele mit und ohne Kontakt. Wie gehe ich mit Kindern um, die sich sehr im Pätzen zanken und angeben verstehen. Also ganz konkrete und hilfreiche Tipps im Umgang und in der Arbeit mit den täglichen Herausforderungen in der offenen Ganztagsschule. Dann haben wir noch ein Seminar aufgelegt, das sich speziell an die Gruppenleitungen richtet, die da auch noch mal eine besondere Herausforderung haben und werden da auch gerade im Bereich Kommunikation denen noch hilfreiche Tipps geben können mit unseren Referenten. Das war es im Schultag. Maximilian. Klassischerweise haben wir auch in jedem Halbjahr ein Angebot noch mal für pflegende Angehörige im Programm. Das heißt ein Qualifizierungskurs, den wir uns im Wechsel mit dem Evangelischen Bildungswerk, ich sag mal teilen, also im Frühjahr sind die Kollegen vom Evangelischen Bildungswerk dran und im Herbst sind wir. Zusätzlich zu diesem Qualifizierungskurs haben wir nun ausgemacht, auch Vertiefungskurse anzubieten. Das Evangelische Bildungswerk wird beispielsweise einen Vertiefungskurs zum Krankheits- und Behinderungsbildern anbieten und ein Kurs oder eine Veranstaltung Trauererfahrung, Umgang mit Trauernden. Und wir werden einen Praxis-Werkshop für pflegende Angehörige anbieten zum Thema Tipps und Tricks für den Pflegealltag. Also ganz konkret, wie gehe ich mit einem Rollator um oder mit einem Rollstuhl, wie kann ich lagern oder die Treppenstufen mit meinem Angehörigen überwinden. Alle solche Fragen werden am 16. Juni mit der Frau Schmidt-Kötting vom Caritasverband und mit verschiedenen Hilfsmitteln, die wir dann hier im Haus haben werden, ja angegangen. Dann mache ich weiter im Bereich persönliche Entwicklung. In Zeiten von Kontaktbeschränkungen ist das Thema Einsamkeit auch nochmal besonders in den Fokus gerückt. Viele Menschen sind einsam und wir haben am 16.03. hierzu ein Seminar aufgelegt mit der Referentin Friederike Heppner-Ramm. Sie fragt, Einsamkeit ein Tabuthema und es geht einfach darum, Strategien und Tipps für den Umgang mit Einsamkeit hier zu erarbeiten mit den Teilnehmenden. Ich warte mal gerade bis, genau, ach da ist es zu sehen. Ja und auch die Festigung der emotionalen Widerstandsfähigkeit ist natürlich auch etwas, was hilfreich sein kann in dieser Zeit. Also das Schlagwort ist hier Resilienz und wir haben oder auch Achtsamkeit und Widerstandsfähigkeit. Wir haben hierzu einige Seminare aufgelegt im Bereich persönliche Entwicklung und aber auch sich etwas Gutes selbst tun zu können, ist eben auch hilfreich in dieser Zeit, sich selber auch mal in den Blick zu nehmen und zu schauen, was tut mir gut in dieser Zeit. Also all diese Fragen rund um die Persönlichkeit wollen wir aufgreifen oder haben wir aufgegriffen in verschiedenen Seminaren, die teilweise an einem Ganztagsseminar sind, zum Beispiel an einem Samstag oder auch durch die Woche an Abenden stattfinden, mal mit einem, mal mit mehreren Terminen. Das sind verschiedene Angebote, die Sie hier finden. Dann haben wir im Bereich Lebenswenden eine gute Kooperation mit dem Hospiz Leverkusen e.V. auch hier, wenn es zum Beispiel um das Thema Trauer geht. Da haben wir gleich mehrere Angebote, die sich sehr bewährt haben, die wir auch weiterführen werden. Das ist einmal die Trauertankstelle im Haus bei uns im Katholischen Bildungsforum. Die findet jede Woche dienstags um 11 Uhr statt und richtet sich an Menschen, die vielleicht gerade vom Friedhof an der Manfurter Straße kommen oder auch sonst von weiter weg auch kommen und sich hier mit Mitarbeiterinnen aus dem Hospiz Leverkusen e.V. austauschen und auch mit den anderen, die dort sich einfinden. Ein sehr niederschwelliges Angebot, hierzu muss man sich nicht anmelden, man kann einfach ins Haus kommen und sich austauschen in der Trauerphase, in der man vielleicht gerade steckt. Ein ähnliches Angebot ist der Treff bei Zettel. Das findet im Kulturcafé Zettelstraum in Opladen statt, jeden zweiten Dienstag im Monat. Und auch hier ist ähnlich der niederschwellige Ansatz, sich mit den anderen auszutauschen, aber immer auch die Kompetenz der Mitarbeitenden vom Hospiz Leverkusen in Anspruch nehmen zu können. Hier sind wir auch im engen Kontakt dann mit den Mitarbeiterinnen hier vom Hospiz. Ein drittes Angebot, was sich sehr bewährt hat, ist ein Gesprächskreis bei uns im Haus. Mitten im Leben heißt der, der sich an Männer und Frauen richtet, die sich selbst ihres Standortes im Leben nochmal bewusst werden wollen und vielleicht nochmal schauen wollen, was möchte ich noch in meinem Leben gestalten, wie soll mein Leben weitergehen. Und ja, da kommt es natürlich auch zu ganz unterschiedlichen Fragestellungen und hoffentlich guten Antworten, die man miteinander dann findet. Neu in dem Kanon in Sachen Kooperation mit dem Hospiz Leverkusen ist die Trauergruppe für Erwachsene. Hierzu wird es einen kostenlosen Informationsabend am 10. Februar geben um 18.30 Uhr. Der richtet sich speziell an Menschen, die eben gerade liebe Menschen verloren haben und sich einer Trauergruppe anschließen wollen. Das Ganze wird dann auch im Haus stattfinden oder wenn es noch nicht geht über eine Zoom-Sitzung. Dann würde ich direkt weitergehen in den nächsten Bereich, wenn Sie keine Fragen haben. Das ist nicht der Fall. Dann mache ich weiter mit dem Bereich Kultur. Wir haben jetzt in regelmäßigen Abständen im Haus, im Katholischen Bildungsforum Ausstellungen im Haus und so auch im nächsten Frühjahr. Das heißt also, wir werden auf jeden Fall diese Ausstellung im Haus haben, hoffen natürlich, dass wir dann auch wieder Besucher empfangen können. Wir haben die Ausstellung Wunder der Natur im Haus ab dem 5. Februar und es handelt sich hier um eine Ausstellung des Team Aquarell. So nennen sich eine Gruppe von Teilnehmerinnen des Kurses Landschafts- und Naturmalerei, die stattfindet im Katholischen Bildungsforum. Und die Teilnehmerinnen stellen ihre Aquarelle aus, die sich mit allem Möglichen aus der Natur beschäftigen. Also sowohl Landschaftsmalerei als auch Bilder aus Flora und Fauna. Sie richten sich manchmal oder lehnen sich an an die Werke von alten Meistern, aber auch von zeitgenössischen Künstlern. Ja, und die Teilnehmerinnen stellen das aus, was sie im letzten Jahr alles erarbeitet haben. Das Ganze wird auch zu sehen sein bis zum 26. März. Die Ausstellungseröffnung ist am Freitag, dem 5. Februar um 18 Uhr. Neben Ausstellungen oder vielmehr Führungen in Ausstellungen hier in der Region, also zum Beispiel in das Ludwig-Museum oder auch nach Bonn in die Bundeskunsthalle oder ins Weihraff-Richards-Museum. Also neben diesen, ich sage mal so, gängigen Angeboten, haben wir auch wieder zwei Kunstseminare mit ins Programm genommen. Einmal widmet sich ein Kunstseminar dem Impressionismus in der Kunstgeschichte und das andere Seminar behandelt Josef Beuys, der im nächsten Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Dann vielleicht noch ein letzter Blick auf den Bereich Lesungen. Hier würde ich Ihnen gerne vorstellen, eine besondere Lesung passend zum Muttertag. Die mörderischen Schwestern, und das sind jetzt keine Unbekannten hier in der Stadt, hinter den mörderischen Schwestern verstecken sich Regina Schleheck, Gitta Edelmann, Sabine Trinkaus und Jutta Wilberts. Diese vier sind Autorinnen und haben sich sehr dem Krimi verschrieben. Und ja, sie werden an dem 7.5., das ist der Freitag vor Muttertag, werden sie ihre Mordsgeschichten zum Muttertag vorstellen. Mal gruselig und schaurig, aber immer unterhaltsam. Das also am 7.5. nächsten Jahres. Jetzt gebe ich weiter an Maximilian. Ja, ich habe in dem Chat gerade noch die Datei von dem Pressegespräch gestellt, also nochmal zum Nachlesen alles, was wir hier berichtet haben. Ich würde jetzt übergehen zum Bereich Medien. Zu Beginn hat die Frau Höring ja schon einiges zu unseren Online-Veranstaltungen gesagt. Also wenn keine Präsenz möglich ist, gehen wir mit den meisten oder versuchen wir mit den meisten Veranstaltungen online zu gehen. Aber was heißt das dann auch und wie geht das? Das heißt, wir bieten Schulungen für Teilnehmer und Referentinnen und Referenten an, wie man Online-Veranstaltungen anbieten kann, durchführen kann oder auch als Teilnehmer, wie man sich, wenn man bisher noch nicht Zoom genutzt hat oder andere Online-Tools, wie man sich dann einwählen kann, um bei uns dann eine Veranstaltung online zu besuchen. Dabei geht es sowohl um die Technik als auch bei Referenten um die Didaktik und die Aufarbeitung im Digitalen, weil die sich ja an vielen Stellen schon unterscheidet zu Präsenzveranstaltungen. Alles in allem kann man sagen, vieles ist gut auch online möglich. Klassischerweise haben wir auch wieder Smartphone-Kurse im Programm. Also die Kurse, die in der Regel an ältere Herrschaften gerichtet sind, um die Smartphone-Bedienung kennenzulernen oder auch zu vertiefen. Aber diesmal auch wieder ein Kurs, weil er im Dezember jetzt nicht stattfinden konnte, zum Fotografieren mit dem Smartphone. Also was ist dort vielleicht auch anders zu einem normalen Fotoapparat oder was bietet das auch für zusätzliche Möglichkeiten. Alles wird in diesem Kurs im Juni dann Thema sein. Seit Ende November gibt es diesen Jahres einen neuen Podcast über christliches Leben in Leverkusen. An vielen Orten in Leverkusen gibt es nämlich, wie Sie sicherlich auch wissen, interessante Initiativen und Projekte, Ausstellungen oder besondere Anlässe. Und verschiedene Reporter und Reporterinnen berichten darüber aus den Gemeinden. Reden wir darüber ist nun dieser neue Podcast aus unserer Medienwerkstatt. Und er greift diese Beiträge ein zweites Mal auf. Das erste Mal werden diese Beiträge bei Himmel und Erde im Radio Leverkusen ausgestrahlt, immer sonntags. Und am Dienstag danach wird dieser Podcast die Beiträge nochmal neu aufgreifen. Er erscheint also alle zwei Wochen dienstags um 7 Uhr und kann bei allen gängigen Podcast-Anbietern abonniert werden. Ich würde einmal kurz das Ein-Anspielen. Moment, nur zum... Auf unserer Homepage finden Sie ihn direkt als zweite Kachel. Also hier, Podcast, reden wir darüber. Und wir können ja mal einmal kurz in einen reinhören. Also das sind alle bisherigen gelaufenen Beiträge zu Erstkommunion und Corona, die Seelsorgebereiswohren, aber auch die Engel-Ausstellung, die wir kürzlich hatten. Wir hören mal rein in einen Beitrag. Reden wir darüber. Herzlich willkommen zum Podcast über christliches Leben in Leverkusen. Was versteht man eigentlich unter dem Sakrament der Krankensalbung? Oft wird es mit der einst sogenannten letzten Ölung gleichgesetzt, die vor allem sterbenden Menschen gespendet wurde. Bei der Krankensalbung geht es... Genau. Das nur als kleiner Hinweis. Sabine, du hast dich freigeschaltet. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen. Wir haben uns diese Musik extra komponieren lassen. Und insofern ist das was ganz Besonderes, dieser Einstieg schon in den Podcast. Genau. Ja, wir würden uns freuen, wenn Sie auch hierauf vielleicht bei Gegebenheit aufmerksam machen können. Das ist immer noch eine schöne Gelegenheit, um auf die Themen dann hinzuweisen, die im Stadtgebiet dann auch platziert werden. Jetzt würde ich dann weitergehen zum Bereich Gesundheit. Da gibt es ja immer eine Unterteilung, also Gesundheit durch Bewegung. Wir haben ja unsere Bewegungskurse wie Yoga, Meditation, Tanz- und Gymnastikkurse. Und die haben wir auch im kommenden Halbjahr wieder geplant und hoffen auch, dass sie dann durchgeführt werden können. Ob dann Ende Januar oder vielleicht erst Anfang Februar der Start sein kann, das wird sich dann zeigen. Wir haben aber zum größten Teil die bestehenden Gruppen geteilt und auch zusätzliche Termine geplant, um die Corona-bedingten kleineren Raumkapazitäten auch zu berücksichtigen. Dann gibt es den Bereich Gesundheit durch Entspannung. Also es gibt mehrere Angebote, die das Thema Stressregulation im Alltag aufgreifen. Es wird einen Workshop zur Überwindung von Schlafstörungen geben und einen Klang-Workshop zum Erlernen von Entspannungs- und Meditationstechniken. Im Bereich Haushalt gibt es ja unsere Kochkurse und sobald es die allgemeinen Corona-Bedingungen wieder zulassen, werden wir auch unsere Kochkurse wieder starten lassen. Wir haben eine schöne Auswahl an Kursen zusammengestellt, die unterschiedliche kulinarische Einflüsse aufgreifen, wie zum Beispiel ein Bowl-Kochkurs, ist ja jetzt ganz modern und oftmals aufgegriffen, oder auch Kurse zur indischen und mediterranen Küche und zum ersten Mal auch einen Kochkurs zur veganen Küche. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt passen wir stetig unser Hygienekonzept für die Küche und für die Lehrküche an, an die aktuellen Voraussetzungen. Auch die Kochkurse gehen zum Teil online und werden damit unabhängig vom Corona-Geschehen durchgeführt, vereinzelt, zum Beispiel ein Meal-Prep-Kochkurs. Also dort wird erklärt, wie man mit einer guten Planung leckere Gerichte für den Alltag der Woche vorbereiten kann. Also wenn ich mich sonntags oder samstags in die Küche stelle und mal überlege, was möchte ich am Mittwoch, Donnerstag, Freitag vielleicht mit ins Büro nehmen, kann aber nicht unter der Woche das vorbereiten, dann mache ich das am Samstag und am Sonntag. Und dafür ist eine gute Planung notwendig und unsere Referentin, Frau Rademacher, wird den Teil nennen, einmal die wichtigsten Dinge, die zu wissen sind, nahe bringen. Unsere Strick- und Nähkurse können auch im kommenden Halbjahr fortgeführt werden. Zum Teil werden auch diese in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Da haben wir auch Überlegungen angestellt, wie das unter Corona-Bedingungen möglich ist. Wir haben jetzt Erfahrung gesammelt im letzten Halbjahr, sodass, wenn es möglich ist, wir es auch durchführen. Genau. Ich würde unsere Programmvorstellung gerne beenden, noch mit dem Thema Sprachkurse. Wir werden weiterhin Sprachkurse für neue Nachbarn, Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund anbieten. Sowohl im niederschwelligen Bereich, also ohne besondere Voraussetzungen, als auch im Januar, Mitte Januar, ein neuer Integrationskurs nach dem BAMF-Richtlinien startet mit Kinderbetreuung. Das ist besonders, weil es davon nur zwei Anbieter in Leverkusen gibt. Insofern machen Sie gerne auch Werbung für den Integrationskurs mit Kinderbetreuung und Alphabetisierung ab Mitte Januar hier bei uns im Haus. Insgesamt haben wir jetzt Veranstaltungen geplant im Umfang von 4.900 Unterrichtsstunden und 381 Veranstaltungen. Das heißt, dass wir im Prinzip das Level der letzten Jahre halten, nur unter Corona-Bedingungen mit mehr Platz pro Person. Also mehr Unterrichtsstunden sind dann nicht unbedingt mehr Angebote und mehr Veranstaltungen sind eben auch nicht mehr Angebote, sondern das ist das Level, was wir in den letzten Jahren auch hatten und hoffen wir, dass möglichst viel davon tatsächlich an den Mann kommt oder an die Frau und es nicht alles irgendwelchen Lockdowns und Einschränkungen zum Opfer fällt. Denn ich glaube, dass es den Leuten gut tut, wieder sich zu treffen und auch gut tut, die Inhalte mitzunehmen, die wir hier versucht haben, gewissenhaft zusammenzutragen. Ich finde, wir haben ein sehr schönes und sehr breites Programm. Die Highlights haben wir uns noch ein bisschen fürs zweite Halbjahr aufgehoben, wenn wir wissen, dass es wieder alles funktioniert. Sollte sich da spontan noch was ergeben, jetzt mit den Online-Formaten und so gibt es manchmal kurzfristig noch gute Referenten, die man dann online dazuschalten kann, würden wir uns separat in Pressemitteilungen noch mal bei Ihnen melden. Ansonsten hoffen wir, dass Ihnen das neue Programm so gut gefällt, wie es uns gefällt und dass es für Sie ein leichtes ist, darüber zu schreiben. Vielen Dank, dass Sie da waren. Dürfen wir noch Fragen stellen? Dürfen Sie. Sie haben jetzt die... Ich hoffe, ich muss schon mal verabschieden. Ich habe gleich das nächste Gespräch, damit ich... Ja? Vielen Dank, Frau Klein. Bis Frau Klein. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Sie haben gesagt, wie viele Stunden Sie nächstes Jahr machen. Wie viele Stunden sind denn letztes Jahr wegen Corona ausgefallen? Das kann man aktuell noch nicht sagen, weil jetzt erst die Rückläufe der Unterlagen sind und das jetzt in der Abrechnung ist. Also diese und nächste Woche sind wir nur am Abrechnen und erst dann sind die Statistiken aussagekräftig. Es lässt sich noch nicht mal ein Trend ablesen. Also ich sage mal, sicher die Hälfte hat nicht stattgefunden, aber ein Teil davon ist dann wieder online gegangen. So, aber wie viel Prozent das insgesamt ausmacht, das wissen wir noch nicht. Gut, dann brauche ich die Frage noch mal in einem halben Jahr. Nächste Frage. Sie haben den Podcast vorgestellt eben. Wie viele Zugriffe haben Sie dann da durchschnittlich pro Woche auf den Podcast? Also der Podcast ist jetzt seit zwei Wochen online und es waren jetzt, dass ich 160 Downloads, sowas. Aber wir haben ihn jetzt bisher einmal im Newsletter beworben. Also der ist jetzt noch neu. Ich hoffe, dass sich die Nutzerrate dann wöchentlich in dem Maße steigert. Dann sind wir bald da, wo wir hin möchten. Gut, wir wissen ja, mittlerweile hat ja jeder zweite Deutsche schon das exponentielle Wachstum verstanden. Dann kann das ja noch was werden. Dann noch eine Frage zu Ihrem Gebäude. Es hieß, dass das kernsaniert wird oder gar abgerissen und neu gebaut wird. Gibt es da irgendwie einen Punkt, einen Tag, wann Sie das entscheiden werden? Oder was ist der Trend momentan? Also aktuell steht derlei nicht zur Diskussion. Es gab verschiedene Ideen, aber momentan wird eher in Renovierung investiert. Und aktuell habe ich keine Idee, dass es zu größeren Umbaumaßnahmen kommt oder abgerissen wird. Zum Glück oder leider, das weiß ich auch nicht so genau. Kommt auf die Alternativen an. Genau.